Müssen. Müssen bedeutet etwas tun zu müssen, gezwungen zu etwas zu sein, etwas nicht anders können. Müssen drückt aus, dass etwas unter bestimmten Umständen zwingend notwendig ist. Zum Beispiel kann man sagen, wir müssen noch zwei Stunden warten. Oder man kann uns einem anderen auffordern, du musst mir unbedingt helfen. Müssen kann auch ein Konjunktiv sein und dann einen Wunsch ausdrücken. Zum Beispiel kann man sagen, das Wetter müsste hoffentlich den ganzen Urlaub so bleiben. Müssen wird aber allgemein verwendet, um etwas auszudrücken, was nicht anders sein kann. Wer verpflichtet ist, der muss. Verwende das Wort müssen sparsam. Wenn man zu viel muss, dann erzeugt das Druck und oft auch das Gefühl der Ohnmacht. Menschen wollen selbstwirksam sein. Menschen wollen selbstverantwortlich sein. Menschen wollen nicht ohnmächtig sein und nicht fremdbestimmt sein. Je mehr du von müssen sprichst, umso mehr wirst du dich gezwungen fühlen und umso häufiger kann es sein, dass Energie nicht so fließt. Wenn du sagst, ich muss das unbedingt noch machen, könntest du auch überlegen zu sagen, ich will das noch machen. Und anstatt zu sagen, ich muss aufräumen, kannst du sagen, ich darf aufräumen. Oder anstatt zu sagen, ich muss den Garten noch sauber machen, kannst du sagen, ich will den Garten noch sauber machen. Oder ich will das Unkraut jäten. Oder ich will die Pflanzen gießen. Aber es gibt unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die Regeln lieben und denen hilft es, wenn sie sagen, ich muss das und das tun. Wenn man das machen muss, dann tut man es eben. Und so meine ich nicht, dass alle Menschen das Wort müssen nicht mehr sprechen sollen. Zum Beispiel, wenn du ein gewissenhafter Mensch bist, dann kann es manchmal helfen, wenn du sagst, das muss eben gemacht werden. Dann machst du es halt. Du musst nur aufpassen, dass du nicht zu viel musst. Denn wenn ein gewissenhafter Mensch zu viel muss, dann kommt er unter Stress. Dann muss er unterscheiden, was muss wirklich sein und was kann sein. Gewissenhafte Menschen müssen überlegen, was sie wirklich müssen und was sie eventuell machen können. Dann gibt es die freiheitsliebenden Menschen. Wenn sie das Gefühl haben, sie müssen zu viel müssen, dann rebellieren sie und brechen aus. Gerade freiheitsliebende Menschen haben es lieber, wenn sie sagen, ich darf das tun oder ich will das tun. Man könnte auch sagen, Pitta-Typen wollen gerne sagen, ich will das tun. Warta-Typen sagen vielleicht, ich darf das tun. Und Kapha-Typen werden gerne sagen, ich muss das tun.